Wir sind bereits wenige Minuten unterwegs. Es ist nicht mehr weit zum Übungsplatz Dominik bei der praktischen Prüfung der Klasse A. Bei der Abfahrtskontrolle hatte er eine Frage zur Kettenspannung, zum Rückstrahler und zur sicherheitstechnischen Überprüfung der Reifen. Wir haben jetzt noch ein klein wenig Zeit, deshalb gehen wir mal kurz zum Intro. Bleibt dran! Hier fährst du frei! Ja und da sind wir wieder. Ich bin der Peter. Ein herzliches Hobiteri aus Bayern, aus dem Chiemgau. Ich bin mit dem Dominik bei der Prüfung hier gefahren. Der Prüfer sitzt neben mir und ich kann euch versprechen, auch diese Prüfung birgt wieder Überraschungen. Bleibt dran! Bei den Grundaufgaben beginnt gleich, ja was soll man sagen, ein Drama. Ihr werdet sehen. Jetzt sind es nur noch wenige Meter. Dieser Übungsplatz ist amtlich ausgewiesen. Ihr seht ja, ihr seht hier rechts das Gefahrzeichen von der Behörde aufgestellt. Also ein offizieller Übungsplatz im öffentlichen Verkehr. Aber das ist ganz normal in Deutschland. So, dann sind wir angekommen. Und die erste Übung war der Schrittgeschwindigkeitslalom. Dominik hat sich das extra gewünscht. Und der Prüfer hat gesagt, na gerne, machen Sie. So, und dann fährt der Dominik hier in diesen Schrittgeschwindigkeitslalom. Und ihr habt es gesehen, er hat schon sehr groß ausgeholt. Er ist am Anfang viel zu spät reingekommen. Und dann konnte er das nicht mehr retten. Ja. Dann ging es weiter mit der Bremsübung. Bremsen aus Tempo 50. Das hat wunderbar hingehauen. Dann kam der 7 Meter Slalom. Beim Stop and Go gibt es leider keine Bilder. Das möchte ich euch gleich mal sagen. Da hat unsere Kamera leider versagt. So, hier ist er beim Umkehren. Und dann kam schon das Ausweichen ohne Bremsen. Ja, auch das hat gepasst. Ausweichen nach Bremsen. So, und dann wurde es gleich richtig spannend. Der letzte Versuch. Wenn er den nicht schafft, den Schrittgeschwindigkeit. Zweiter und letzter Versuch. Dann ist die Prüfung zu Ende. Das ist leider so. So, ein bisschen schnell reingefahren. Aber dann ist es besser geworden am Schluss. Habt ihr gesehen? Er hat noch einmal runter gesehen auf dem Boden. Ist der wirklich? Steht der noch? Das letzte Hütchen. Und das stand noch. Ihr könnt euch vorstellen, der Fahrlehrer, also ich, fiebere natürlich mit meinem Schüler hier richtig mit. Und man ist einfach dabei. Und wie intensiv die Gefühle des Fahrlehrers sind, das könnt ihr euch ja gerne mal ansehen. Ich habe mal eine komplette Prüfungsfahrt so kommentiert, wie es in meinem Inneren aussieht. Das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist die Prüfungsfahrt vom Alex. Ich tue es euch mal verlinken. Wir sind bei trockenem Wetter losgefahren. Es war bewölkt. So, am Ende geht es dann links weiter. Ende, links. Links blinken, dann den Schulterblick nach links. Das hat er gemacht. Er hat allerdings jetzt den falschen Fuß unten gehabt. Den Prüfer stört das nicht. Es geht dann nur darum, dass man auch um die Kurve herumkommt. Eine Linkskurve fahren kann. Und das konnte er. So, dann kam der Zepa-Streifen. Schauen wir mal, wie er das hier mit dem Zepa-Streifen macht. Ja, fährt schön zwischen der Markierung durch. Das ist ja besonders gefährlich, über die Markierung zu fahren, wenn es nass ist. Es ist kein Durchfallgrund. Es geht um eure eigene Sicherheit bei diesen Techniken. Als wir losgefahren sind, nach den Grundfahraufgaben, wollte eigentlich der Prüfer, der war ein bisschen nervös. Und der Grund, der lag darin, dass von den Alpen heraus eine Schlechtwetterfront oder Schlechtwetterwand direkt auf uns zugezogen ist. Und das hat ziemlich bedrohlich ausgesehen. Und jetzt der Prüfer, der wollte jetzt unbedingt diesem Wetter da entkommen, sozusagen. Und deswegen haben wir uns jetzt in diese Richtung hier bewegt, also weg von den Alpen. Die sind jetzt hier auf der linken Seite, sind die Alpen. Und ja, bisher sieht alles noch recht gut aus. So, der Regen, der ist also etwas stärker geworden. Dominik fährt hier ganz ordentlich, muss man sagen. Also er hat sich auch gut vorbereitet. Es empfiehlt sich da immer auf den Fahrlehrer zu hören, beziehungsweise das mit dem Fahrlehrer zu besprechen. Ob Prüfung oder nicht. Das sollte man immer mit dem Fahrlehrer absprechen. Das ist am besten. So, jetzt sind wir am Ende der Straße dann rechts abgebogen. Wenn wir links abgebogen wären, wären wir direkt in die Schlechtwetterfront hineingefahren. Also direkt. Und ich sage euch gleich, es war dort dermaßen dunkel, da hast du schon fast Angst bekommen. So dunkel war das. Und ihr seht hier, wir fahren hier mehr oder weniger in eine Zone, ja, hier am Horizont. Ihr seht es, da ist heller. Es verspricht hier, besseres Wetter zu sein. Und wir haben uns eigentlich nichts dabei, nichts Schlimmes dabei gedacht, dass wir jetzt in diese Richtung gefahren sind. Also der Prüfer wählt ja die Strecke aus. So, und es sieht auch alles ganz normal aus. Dominik fährt solide hier. Ihr seht hier im Wald immer wieder mal sogar trockene Stellen auf der Straße. Also hat es wirklich nicht fest geregnet. Also ein bisschen, ihr seht schon, ein bisschen getröpfelt. Das wird sich noch richtig zuspitzen. Der Dominik wird uns auch überraschen. Scheinbar kann keine Prüfung ohne irgendwelche Besonderheiten ablaufen. Ich weiß es nicht. Der Fahrlehrer, gibt es ja dieses Sprichwort, der Fahrlehrer kennt seinen Schüler. Aber der Fahrlehrer kennt nicht seinen Prüfling. Da ist was dran. Wir werden sehen, was passiert. Wir kommen jetzt hier erstmal zum Kreisverkehr. Es geht dann weiter für Ortskundige. Es geht dann weiter Richtung Matzing. Jetzt haben wir die zweite Ausfahrt raus. Also jetzt die zweite Ausfahrt. Schauen wir, wie Dominik das macht. Alles in Ordnung. So, und jetzt wird es gleich spannend. Denn plötzlich macht Dominik den Blinker an und fährt hier zur Tankstelle raus. Jetzt haben wir gar nicht gewusst, was los ist. So. Aber, ja, es war nur der Kopfhörer verrutscht. Und natürlich darf dann der Schüler einfach irgendwo mal an die Seite fahren. Halt nur nicht Warmblinker. Ihr kennt das Video vom Simon. Wenn nicht, schaut euch das mal an. Der ist mit dem Warmblinker stehen geblieben. Und das war schon... Ihr müsst es euch anschauen. So, wir sind dann hier rechts weitergefahren. Und hier ist wichtig, auf diesem Fahrstreifen einordnen zum Rechtsabbiegen. Hier haben sich schon manche Dramen abgespielt. Ja, rechts abbiegen und dann auf der linken Fahrstreifen eingeordnet. Das ist natürlich nicht so gut. Aber Dominik hat das gut gemacht. Und wir fahren hier in die Schönwetterzone hinein. Hinein dachten wir. Dann... Die nächste... Nach der Brücke, rechts weiter... Sind wir jetzt nach dieser Brücke... Rechts... Rechts abgebogen. Ja. Auch hier. Hat er gut gemacht, der Dominik. Und... Dann... Sind wir diese Straße... Gefahren und plötzlich... Wie aus dem Nichts... Fängt es hier... Nicht zum Regnen an. Ihr seht, sondern... Das ist... Also... Es hat richtig runtergeschüttet. Richtig, richtig runtergeschüttet. Schaut, was jetzt... Als nächstes passiert. Und... Und dann geht es... Rechts weiter. Wir sind jetzt zunächst... Rechts abgebogen. Da hat der Prüfer ein bisschen die... Orientierung verloren. Es war dann wirklich auch... Schlechte Sicht. So, also... Da wollten wir dann rechts abbiegen. Hat er auch gemacht. Und plötzlich... Macht er wieder einen Blinker an. Bleibt wieder stehen. Jetzt... Haben wir uns zunächst gar nicht ausgekannt. Dieses Mal war der Grund... Er wollte uns... Er hatte in seiner Tasche... Hatte er... Geldbörse... Handy... Und... Das hat er uns dann ins Fahrzeuginnere gegeben. Weil... Wenn das dann so regnet... Wird ja alles nass. Also... Tut es am besten... Wenn ihr sowas dabei habt... Tut es in die Tasche rein. Und... Ihr könnt es auch gleich... Ins... Auto legen. Das ist ja kein Problem. Aber... Hatte natürlich keiner am Anfang gedacht... Dass sich das... Ja... Dass es so... Regnet. Dann sind wir jetzt... Diese Straße gefahren. Das ist also grob... Wieder Richtung... Ausgangspunkt zurück. Wenn ihr euch... Hier auskennt... In der Gegend. Wir sind jetzt... Unterwegs... Richtung... Zweckham. Eine Prüfungsstrecke, die... Recht... Häufig... Gefahren wird. Allerdings... Selten... Bei solchen... Wetterbedingungen. Der Dominik... Der hat uns richtig leidgetan... Das Positive... Bei diesen... Wetter... Kapriolen war... Der Regen... Der war... Lauwarm. Also wir hatten... Temperatur gehabt... Von... Eine Temperatur von... 20 Grad gehabt... Also... Das... Geht natürlich... Aber trotzdem... Wenn das so... Runterschüttet... Das... Magst du natürlich... Nicht wirklich... Als... Motorradfahrer... Das ist klar... Und... Ihr seht vielleicht... Was da mittlerweile... An... Wassermengen... Auf der Straße liegt... Der Scheibenwischer... Hat in die höchste Stufe... Geschaltet... Und... Da sieht man es wieder... Also... Das zeigt... Also da hat es... Da hat es richtig... Runter... Geschüttet... Und... Es ist... Das hat sich... Noch weiter... Hineingesteigert... Ihr seht's... Wir wollten... Alle nur noch zurück... Und zwar... So schnell wie möglich... Allerdings... Musst du natürlich... Jetzt hier... Wenn du da auf dem Motorrad sitzt... Äh... Du musst natürlich... Wirklich... Runter mit der Geschwindigkeit... Und... Als Auto hast du einen Scheibenwischer... Äh... Und als Motorradfahrer... Es gibt die Handschuhe mit einer Gummilippe... Dann kann man auch mal das Visier dann sauber machen... Und... Ja... Sonst ist... Einfach... Schwierig... Ihr solltet das... In den Fahrstunden... Wenn möglich... Äh... Auch mal trainieren... Also dass man auch mal bei Regen fährt... Dass man die Besonderheiten einer Regenfahrt kennt... Beschlagenes Visier... Beschlagene Brille... Und so weiter... Das wäre eine gute Vorbereitung... So... Wir sind dann hier rechts abgebogen... Das ist jetzt die... Das ist die Richtung... Kammer... Und... Ihr seht es... Es wollte... Einfach... Nicht besser werden... Und... Hier ist auch nichts mehr... Von einer... Hellen... Stelle... Am Horizont zu sehen... Äh... Es ist... Ein... Grau in Grau gewesen... Nur noch eine Wasserwand... Und... Der Scheibenwischer... Läuft... Auf... Der... Höchsten Stufe... Was kommt denn... Als nächstes noch... Also... Bei solchen... Regenmengen... Die da runter kommen... Da kann es ja natürlich... Auch noch ganz andere... Überraschungen geben... Sturzbäche... Die sich über die Straße ergießen... Und... Oder... Noch Schlimmeres... Wir werden sehen... Wie das hier weiter geht... Nur noch... Wenige Meter... Zur... Nächsten... Ortseinfahrt... So... Ist klar... Bei diesem... Wetter... Da... Wird auch nicht erwartet... Dass ihr da... Äh... Besonders... Ähm... Zügig fahrt... Ja... Ihr müsst euch natürlich anpassen... An die Wetterbedingungen... Und... Wer das vorher schön trainiert hat... Mit den... Äh... Markierungen... Also dass man nicht... Auf die Markierungen fährt... Der kann das dann auch... Bei Regen... Der beherrscht das dann auch... Bei Regen... Bei Nasser Fahrbahn... Was ist das... Das... Gefährliche... Bei Regen... So... Jetzt haben wir hier erstmal... Abknickende Vorfahrtsstraße... Da habt ihr das gesehen... Da hat er wirklich... Wunderbar... Den Blinker eingeschaltet... Hier... Erst nach rechts... Dann nach links... Zweimal nicht... Den Blinker eingeschaltet... Und... Dann ist... Eine Prüfungsfahrt schon zu Ende... Also... So schnell kann das gehen... Dann haben wir hier gleich... Das 30 gehabt... Und... Ja... Der Herr Dominik... Der ist hier wirklich... Sehr konzentriert gefahren... Der hat das... Der hat das... Gemeistert... Jetzt gegangen ist... Bei diesen... Wetterbedingungen... Natürlich... Was tun... Bei Regen... Was macht der Motorradfahrer... Bei Regen... Wenn ihr... Vorher... Längere Zeit... Eine trockene Wetterphase... Gehabt habt... Ja... Sagen wir mal... Zwei... Drei... Vier Tage... Trockenes Wetter... Und es fängt dann an... Zum Regnen... Dann habt ihr... Eine... Ganz gefährliche Mischung... Auf der Straße... Nämlich... Das Wasser... Mit... Dem Schmutz... Der auf der Straße liegt... Und... Das ist gerade... Bei... In Kurven... Eine... Ganz unangenehme... Schmierige Schicht... Da muss man dran denken... Das dauert ein bisschen... Bis das... Runter gewaschen wird... Von der Straße... Geht nicht so schnell... Da... Haben schon... Viele Motorradfahrer... Das Nachsehen gehabt... Die lagen dann plötzlich... Auf der Straße... Haben gar nicht gewusst... Warum... Das... Lernt man... Alles... In... In... Der Fahrschule... Und... Jetzt kommen wir... Zurück hier... Zur Prüfungsfahrt... Dominik... Macht das... Wirklich gut... Ja... Und ihr seht... Immer wieder hier... Wie viel... Wasser... Auf der Straße liegt... Es ist jetzt... Nicht mehr... Weit... Zurück... Zum... Ausgangspunkt... Wir sind... Beim... TÜV... Gestartet... Und... Da geht's jetzt... Wieder zurück... Dahin... Und... Jetzt... Aber... Zunächst mal... Durch... Dieses... Stück... Waldstück... Kommt jetzt... Ein bisschen weiter... Vorne... Rechts... Hier... Sieht man... Ein... Fahrradweg... Und... Die Wolken... Hier... Nicht... So... Tief... Wären... Wie jetzt... Dann... Würde man... Einen... Fantastischen... Blick... In... Die... Alpen... Haben... Wir müssen... Natürlich... Aus dem Wald... Rauskommen... Der Hürde... Der... Verdeckt... Momentan... Die Sicht... Es wird hier... Gott sei Dank... Wieder etwas heller... Und... Ja... Was haben wir hier... An Schwierigkeiten... Gehabt... Wir haben dann... Einmal... Diese... Das 80... Gehabt... Das war jetzt... Gerade... Auf der linken Seite... Beendet... Worden... Und... Jetzt... Ging's dann... Geradeaus... Weiter... Ihr seht... Es wird jetzt... Etwas besser... Etwas klarer... Wir waren... Alle... Erleichtert... Ja... Und... Was... Macht... Dominik... Wir haben... Noch... Ein paar Meter... Zum Fahren... Gibt's... Noch... Einen... Weiteren... Schreck... Moment... Für den Fahrlehrer... Und... Natürlich... Auch... Immer... Für den Prüfer... Denn... Eines... Ist klar... Was macht... Der Prüfer... Am liebsten... Führerscheine... Auszahlen... Warum? Ja... Es ist einfach... Schön... Wenn man die... Strahlenden Gesichter... Dann sieht... Der Schüler... Wenn sie ihren... Führerschein bekommen... Das ist einfach... Was Schönes... Aber... Prüfer... Ist halt Prüfer... Und... Er muss sich halt... Das vorher mal... Anschauen... Wie... Der Schüler... Fährt... Dann sind wir hier... Rechts... Abgebogen... Ja... Und... Jetzt... Kommen wir... Gleich... An einen... Relativ... Steilen... Berg... Und... Da sollte man... Natürlich... Das... Berg... Anfahren... Auch... Trainiert... Haben... In den... Fahrstunden... Weil... Wenn man... Da mal... Verkehrsbedingt... Stehen... Stehen... Bleiben... Aus... Und... Der ist schon... Ja... Relativ... Steil... Und... Da muss natürlich... Auch... Wieder... Weiterfahren können... Also... Hier geht es erst mal runter... Und... Dann geht es... Hier... Diesen... Berg... Hoch... Mal... Schauen... Was... Passiert... Ist auch... Relativ... Schmal... Hier... Diese Straße... Also... Dominic... Hat da natürlich... Aus dem Tor... Kein Problem... Und... Ja... Er konnte auch schon... Durchfahren... Und... Jetzt wird es... Vielleicht schon... Was kommt da? Eine Stockstelle... Was macht er? Ja... Das ist doch schön... Oder? Er... Bleibt da stehen... Perfekt... Auch noch... Mit dem rechten Fuß... Runter... Das Rechtsabbieger... Und... Er konnte dann schon fahren... Hat uns da... Ein bisschen... Abgehängt... Aber... Alles gut... Wir waren dann gleich wieder dran... Sonst hätte er die Anweisung bekommen... An geeigneter Stelle... Stehen bleiben... So... Und da hinten... Seht ihr das... Am Horizont... Das sind die Wolken... Da waren wir gerade drin... In diesem Wetter... Und dann zum TÜV zurück... So... Und jetzt sind es nur noch wenige Meter... Jetzt diese berühmte... Zwei-Phasen-Ampel... Die sich plötzlich einschalten kann... Bleibt ja nicht... Vorderampel stehen... Wenn die ausgeschaltet ist... Dominic ist auch gleich drüber gefahren... Jawohl... Und dann ging es hier sofort... Zum... Rechts zum TÜV rein... Habt ihr jetzt gesehen... Also auch wieder... Super gemacht... Mit der Verkehrsbeobachtung... Und... Mit dem Schulterblick... Ja... So... Geht... Motorradfahren... Und... Er wird auch... Seinen Führerschein bekommen... Das kann man jetzt schon sagen... Dann sind wir hier reingefahren... Zum TÜV... So... Man durfte einfach da vorne einmal... Stehen bleiben dann... So... Und wir waren wirklich froh... Dass wir das... Alle... Gesund überstanden haben... So... Dominic freut sich schon... Und... Er kann sich auch freuen... Dominic ist wirklich... Also... Richtig cool... Wie er das gemacht hat... Super gemacht... Also... Schaut euch das mal an... Hier... Das ist ja klar... Wenn es so regnet... Das geht irgendwann einmal durch... Und... Ja... Hier... Also... Wahnsinn, oder? Aber... Gratulation Dominic... Für die super Leistung! Das tut man nicht alles für den Führerschein... So... Schönen! Lasst ein Abo da... Wenn euch meine Videos gefallen... Lasst ein Abo... Und ein Like da... Lasst uns doch einfach mal den YouTube Algorithmus... So... Richtig... Nach oben jagen... Mein Kanal... Ist ja noch nicht alt... Ich werde mich also auf eure Unterstützung... Freuen... Checkt doch mal meine anderen Videos... Und... Schaut in die Community... Dort stehen... Die neuesten Informationen... Zu den Videos... Und... Viele andere Dinge... Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!